Digga, wo ist dein Name? Ist dein Name an Youtube? Hallo! Deinen Namen sind nicht bei mir eingespeichert. Hä? Ah, ich hab deinen Kanal gefunden. Danke. Ich hab einfach ein Jahrgang mit Jansen eingegeben. Jetzt haben wir keine Waffen mehr. Geil. Jetzt können wir in die Hölle gehen. Nochmal. Meine Waffen wiederholen. Wie ich jetzt alle verloren habe. Man, manchmal habe ich das gedrungen, das Bedürfnis, diese CD einfach zu zerstören. Jetzt kann ich nicht mal mal vielleicht in die Tür zu spielen. Tür zu! ... ... Hala! Jeb Okay. Ganz ehrlich, ich hasse dieses Spiel. Meine Laune ist schon wieder bei Null. Und wo kriege ich jetzt Waffen her? Wer sieht also schlecht in Minecraft? Alter, halt die Fresse! Alter, du bist Jason A. Gamer. Alter, jetzt geht ihr mir schon wieder auf die Nerven. Doch, auf die Nerven geh ich. Du. Nein. Ah, hier ist die Ruhe. Ah, das kommt dir Mann. Wieso pflanzt das Teil sich wieder nach? Auch Karotten. Auch Karotten. Schon das Steak besser ist als Karotten, ne? Ist mir doch egal. Aber schon, dass es besser ist. In diesen scheiß Olymp-Dings quäkt es nicht mal morgens. Verstehe ich nicht. Ich sperre mich jetzt einfach rein. Nein. Beste Weifel überleben. Und jetzt ist hier auch noch eine Spinne. Ich habe keine Waffen. Geiles Spiel. Jetzt auch nicht. Wir kommen hier nicht mehr weg. Geil. Wieso bist du eigentlich immer so schlecht im Videospiel? Kannst du mal die Fresse halten? Kannst du mal besser spielen? Oh, hier ist es gut. Oh. Das ist gut. Jetzt greift mich die Spinne an. Jetzt können wir wieder weiterlaufen. Jetzt schwimmen wir einfach weg und dann endet dieser Scheiß. Dann endet der Löwe. Und Diamant, 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 Diamant. Ich habe einen Diamant, ich habe einen Diamant. Wo kriege ich was? Wo kriege ich was? Mann, ey. Wetterverfekt nochmal morgens. Das ist Jason der Gamer. Aber ich bist nur Jason. Jetzt gehen wir mal hier gucken. Ah, ich hätte mir keine Fähigkeiten, die hier redet. Ich schau hier einfach ab. Tschüss. Aua. Aua. Da hinten ist der Tags. Oh, da hinten ist noch was. Ich habe es gesehen. Wir müssen dahin. Da ist das Gebäude. Siehst du das? Ich habe keine Waffen. Du brauchst noch keine Waffenbehandlung von Italien. Ich gucke mir gerade ein Video von dir an. So Leute, wir haben den letzten Part die Gräser. Ich bitte schau dir keine Wiese von ihm an. Weil das ist Gift. Guck mir an, das Video an. Nein, nicht das mit dem Mount Everest. Lass das. Doch, ich guck's mir an. Nein, Mount Everest ist so scheiß. Das ist so ein scheiß Park geworden. Doch, ich guck's mir jetzt an. Jetzt ist auch noch ein Bitte und betrunkener. Jetzt ist dann betrunkener. Pech ist Pech. Habt ihr gehört? Jetzt ist auch noch ein Betrunkener. Hey, hier ist tatsächlich ein Passwort. Was hat denn? Ah! Held mich. Ich wollte gesichtet. Weißt du, wie jemand kann dich in den Ängsten verstehen? Jaha. Man kann dich nicht verstehen. Kannst mal die Fresse halten endlich. Herstellt Tora halt die Fresse bitte. Was? Hashtag Tora halt die Fresse. Was? Hashtag Tora halt die Fresse. Oh. Warum hat Tora die Fresse halten? Ja. Schalt mal in die Kommentare. Hashtag. Okay, mach ich. Hashtag Tora halt die Fresse. Das ist rassistisch. So, dann machen wir hier lang. Dann gehen wir hier lang. Dann gehen wir hier lang. Hier ist noch eine Hülle. Okay, wir wurden vom Olymp. Verstehe ich so. Ah, seht. Wieso geht das nicht kaputt? So, hab ich gemacht. Ich bin verzaubert. Geil. Hey, wie lange hält das noch? Das stimmt, Jason. Ich hab keine Hashtag. Wie lange hält das denn noch? Was denn? Ich weiß über was der Hashtag ist. Ja. Kann ich nicht mal hier was abbauen? Dann noch mal verzaubert worden. Ich brauch noch ein Boot. Ich will hier dann nur weg. So Leute. Das war's mit diesem Video. Tschüss.